Guten Tag allerseits. Wir befinden uns hier in der äußersten Mongolei. Hier hinten ist China. Dort ist Sibirien. Und hier ist die Wüste Gobi. Wir sind hier, um Schweröl zu finden. Und zwar Schweröl deshalb, weil es ziemlich schwer wird, hier Öl zu finden in der Wüste Gobi. Aber seit 1206, die Nummer 1 der Lokal Hidberaten, Jing is gone. Aus. Raus.